So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ram. Es ist der Dicke, eine neue Infofolge für Pokémon Go. Eigentlich war ich gerade unterwegs, hab dann gesehen, der Januar wurde angekündigt, komplett mit Spotlights, Raid-Boss und allem drum und dran. Jetzt wollte ich extra heim und wollte den Januar-Event-Kalender aufnehmen. Kaum mache ich den PC an, sehe ich, das Silvester-Event ist angekündigt. Und jetzt ist es wieder total dumm, wenn man beides jetzt abends noch macht, dann geht wieder alles andere, was man gemacht hat, unter. Für morgen habe ich auch schon was anderes. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt erstmal hier auf die Silvesternacht, beziehungsweise das Neujahr-Event. Und irgendwann am Wochenende vielleicht, sagen wir mal Sonntag oder so, können wir ja immer noch in den Januar reingucken. Es ist ein komisches Datum, es ist 21.12. und sie zeigen euch jetzt schon den kompletten Januar. Das haben sie sonst am 31.12. gemacht, weil sie einfach alles an einen Tag geschoben haben. Wir läuten 2024 mit einem gigantischen Event ein. 2024, wir sehen hier Pummelow mit einer Schleife, wir sehen einen Flampion. Flampion, wer mich ein bisschen verfolgt und so meinen Account im Auge behält, weiß ja, dass ich auf dem Free-to-Play-Account jetzt nicht unbedingt auf legendäre Pokémon setzen kann, da ich ja nur den einen täglichen Raid Pass habe, da ich ohne Geld spiele dort bei dem Habanero und Alternativen suche. Jetzt habe ich also keinen Rigi-Rahmen als Feuerangreifer in 100% auf Level 50 und eine ganze Rigi-Rahmen-Armee und hin und her. Ich habe Flampivian. Einen habe ich sogar von Blondbart zockt bekommen damals, den hat er auf Level 40 gepusht, hat mir den rübergeschickt, Henry Nicky auch. Das ist eigentlich meine Armee, meine Feuerarmee, mit der ich arbeite. Flampivian. Flampion, Flampivian. Da freue ich mich natürlich immer, wenn das da ist, um trotzdem noch Bonbons zu sammeln, um vielleicht doch mal eins noch ein bisschen zu pushen, das noch ein bisschen stärker zu machen, unabhängig von den IV her, oder wenigstens mal eins auf Level 50 zu haben. So. Was steht hier jetzt aber? Das Pokémon Go Neujahrsevent 24. Von Montag, dem 1. Januar, 10 Uhr, bis Mittwoch, den 3. Januar, 20 Uhr. Debüt von Pummelluff mit Schleife und Knudelluff mit Schleife. Ich denke mal, ihr könnt Pummelluff fangen und dann müsst ihr es entwickeln, so Knudelluff. Ich denke nicht, dass Knudelluff in der Wildnis spawnen. Ich habe gerade ein Elefant-Dosenbier getrunken, man merkt es vielleicht. Während dieses Events erleuchten festliche Feuerwerke den Himmel. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem farbenfrohen Fest. Event Boni, halbierte Schlüpfdistanz, wenn Eier in die Brutmaschine gelegt werden, gefördelte Schlüpfdistanz für die ersten 3 Eier, die während des Events mithilfe des Widgets für Pokémon-Eier ausgebrütet werden. Das Widget habe ich noch nie benutzt, kenne ich mich nicht mit aus. Gibt es jemanden, der mit dem Widget auf dem Handy Eier brütet? Es gibt ja verschiedene Widgets, die man am Handy einstellen kann für irgendwelche anderen Sachen und Apps und Funktionen. Habe ich noch nie gemacht. Sage ich jetzt nichts dazu. Wer das kennt, wer das macht, der weiß Bescheid und kann das wieder nutzen. Wer das nicht kennt, schreibt es mal rein. Ansonsten halbierte Schlüpfdistanz. Wilde Pokémon, zeigt es uns hier. Die wilden Pokémon erscheinen häufiger. Pummeluf mit Schleife, Hut-Hut mit Neujahrsoutfit, Flampion und mit etwas Glück Bronzel. Bronzel gab es jetzt schon während der Winterfeiertage auch die ganze Zeit in der Wildnis. Das war gut, um die Stahlmedaille ein bisschen zu pushen, wer die noch nicht hatte. Also ich. Jetzt ist sie sogar auch voll. Das ist sehr gut. Da gab es viel. Denn auch durchs Tauschen hat man ja die Medaillen pushen können. Ich habe in letzter Zeit auch viel mit Genaya getauscht. Habt auch meine Tauschmedaille vollgemacht. Jeden Tag 100 Trades. Das war auf jeden Fall richtig krass. Dankeschön, Neujahr nochmal an der Stelle. Deswegen Bronzel finde ich nicht interessant. Hut-Hut finde ich nicht interessant. Pummeluf für die Shiny-Jäger. Die müssten das ja mitnehmen. Gleich alles hin und her. Aber für mich ist das Interessanteste Flampion. Denn ich sammle keine Shinies mehr. Ich sammle keine Hunderter mehr. Ich sammle gar nichts mehr. Mein Leben ist zu Ende. Deswegen setze ich auf Lampion. Weil das ist für mich einfach der krasseste Feuerangreifer, den ich auf meinem Account jetzt haben kann. Da Bonbons zu sammeln. Raid-Kämpfe. Was gibt es denn hier? Raids der Stufe 1. Bisa Samen, Glumanda, Shigi mit Partyhut. Waumpel mit Partyhut. Hut-Hut mit Neujahrshut. Outfit insgesamt. Brauchst du alles nicht. Raid-Kämpfe Stufe 3. Radikal mit Partyhut. Didorino mit Partyhut. Gengar mit Partyhut. Wohin genau mit Partyhut? Für die Shiny-Sammler, wem was entgangen ist. Der kann da nochmal zugreifen und so. Aber finde ich jetzt auch nicht so interessant. Die Raids. Raids der Stufe 5. Ultrabästchen. Mosquito in Amerika. Voltriant im Asien-Pazifik-Raum. Und Chabelle in Europa. Ich habe damals gesagt, als ich den Main-Account noch hatte, wenn Mosquito irgendwann kommt und als Shiny released wird, da werde ich da so viele Raids machen, bis ich ein 100%iges habe. Dabei ein paar Shinies mitnehme. Ja, jetzt habe ich kein Main mehr. Jetzt spiele ich ohne Geld. Und es ist auch nicht als Shiny da. Plus, es ist eh nur in Amerika. Und ich habe keine amerikanischen Freunde. Und selbst wenn, hätte ich keine Fan-Rate-Pässe, da ich ja ohne Geld spiele. Also diese Bestie fällt weg, obwohl die ultra stark ist vom Aussehen her. Voltriant im Asien-Pazifik-Raum ist ein richtig fetter, krasser Elektro-Angreifer, aber ich habe ja keine Fan-Rate-Pässe. Ich habe auch keine asiatischen Freunde. Das heißt, der fällt auch weg, obwohl der richtig cool wäre. Was bleibt mir übrig? Chabelle zu raiden. Und ich glaube, da sind wir an einem Punkt, wo ich sage, ich pushe meine Trainer-Hoffnungsmedaille. Ich würde vielleicht ein Chabelle-Rate machen für den Pokédex-Eintrag und dann halt doch auf irgendwelche komischen Raids der Stufe 3 setzen oder einer oder irgendwas. Mal ein Bisa-Samen, Glumanda und Shigi als Raid, um meine Trainer-Hoffnungsmedaille zu pushen. Oder Mega-Rate, Mega-Ampharos ist in den Mega-Rate-Stunt im Event. Das ist gut. Ich habe, glaube ich, sogar ein hunderter Ampharos mal erlöst. Das wartet drauf, mega entwickelt zu werden. Das ist auch ein guter Elektro-Angreifer eigentlich. Ich habe sowieso kaum Elektro-Angreifer, da kommt mir das gelegen. Eigentlich müsste ich jeden Tag Mega-Ampharos machen, um Energie zu sammeln und das Ding zu pushen und hochzuziehen und euch alle fertig zu machen, wie ihr dasteht. Aber Chabelle, ne. Was würdet ihr machen? Mega-Ampharos. Eigentlich reicht es auch, wenn man den einmal macht, einmal entwickelt und dann halt alle paar Tage entwickelt. Aber Trainer hoffen, die Raids sprechen mich halt wirklich absolut gar nicht an. Die zwei, die mich ansprechen, kann ich nicht machen. Und ja, auf was habt ihr Bock bei den Raids? Schreibt es mal rein. Eier, es gibt Eier. Pichu mit Partyhut. Pi, Fluffeluf, Togepi, Rabauts, Godzilla, Elekit, Mag, Bia, Zuril, ist so. Gab es alle schon als Shiny vorher? Gibt es jetzt auch als Shiny? Pichu wieder mit dem Partyhut? Brauche ich alles nicht. Togepi ist sehr beliebt natürlich. Aber der Rest, ja, der Rest ist der Rest. Togepi, das beliebteste, nützlichste wahrscheinlich auch davon. Pokémon bei Feldforschungen. Ähm, Flampion aus Feldforschungsaufgaben vermehrt mit etwas Glück auch Bronzel. Was hat Bronzel damit zu tun? Hier steht jetzt aber nichts von, dass die Shiny-Rade in den Feldforschungen oder so erhöht ist. Aber meistens ist das ja eh nur bei Eiern. Deswegen hier auch wieder Flampion, mein Highlight. Neues Avatar-Accessoire, Flampion-Hut. Kostet Geld, hole ich mir nicht, sieht auch hässlich aus. Eventboxen, braucht man nicht. Eine kostenpflichtige, befristete Forschung. Für einen US-Dollar bekommt man eine Forschung, bei der man Feldforschungsaufgaben lösen muss, um den Event-Pokémon zu begegnen, Sternstaub abzugreifen, EP zu bekommen und Pokémünzen zu verdienen. Man bezahlt ein US-Dollar, kriegt eine Forschung, in der man Pokémünzen bekommt. So könnte jemand Pokémünzen aufladen bei jemand anderem. Das ist auf jeden Fall interessant. Was ist da so drin? Auch Pummelow, Hut, Hut, Waumbel, alles dabei. Genau. So. Ansonsten steht da nicht viel drin. Das heißt, der größte Wert werden wohl die Pokémünzen sein, aber die kriegt ihr eigentlich auch kostenlos aus Arenen, wenn ihr euch reinsetzt. Und dann ist der Artikel zu Ende. Hier steht auch nichts von Showcases. Das ist schade. Ich gucke trotzdem mal. Vielleicht gibt es ja einen Pummelow mit Schleife, was eh nicht auffällt, weil das ja dann nur eine andere Augenfarbe hat. Ansonsten freue ich mich über die Flampions, aber ist jetzt nicht das krasseste, heftigste Event. Sage ich mal, wie seht ihr das? Schreibt es rein. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.